Schauen wir mal, ob das klappt, was die da vorhaben, ne? Die wollen einmal den Trash skippen Und das dann in den Boss reinziehen Oh, der sieht Unsichtbare Also so hatten die das geplant, ich weiß jetzt nicht, ob das... Den nächsten kann ich kicken Schauen wir mal, den Boss plus die Großen, ne? Gut, ich habe jetzt Inka laufen, warte mal, ich könnte mal potten hier ausnahmsweise Also ich müsste safe sein Okay, der eine große ist down, das war jetzt gar kein Stress Jetzt hast du hier einen Schemen mit... Ah, super Jetzt geht mir aber meine Prozente gar nicht mehr auf, fällt mir gerade ein, ne? Weil... Weil jetzt haben wir ja zu wenig Mobs, oder? I don't know, jetzt muss ich gerne mal gucken Äh, hier kann ich nicht in Eule gehen, hier muss ich in Bären konvoken Können wir jetzt nochmal kicken Naja, aber dafür haben wir 9k DPS knapp Na gut, das wird jetzt droppen, Inka ist ausgelaufen, Ding ist ausgelaufen Können wir die nochmal ein bisschen zusammen, hier die Kollegen? Ah, einen Kick haben wir nicht Na komm, ich habe nochmal das rentieren Naja, gut, der andere war schneller mit dem CC'n Viele checken das gar nicht, dass du das weg CC'n kannst, ne? Dass du dem Mob einfach irgendein das rentieren Stun, irgendwas drauf haust Und dann ist der weg Dann ist der andere halt nicht ewig im CC drin Macht schon Sinn Okay, wir haben eigentlich ganz guten Schaden hier drauf gehabt Aber wir hatten ja auch, ähm, Harrow Jetzt muss ich mal gucken, wie das mit den Prozenten ausgeht Ich weiß jetzt nicht, wie viel die geben Aber dann brauche ich wahrscheinlich die Geister noch zusätzlich Vermute ich mal Die Dungeon Tool Ähm So war ich glaube ich bei 102% Was bringen die? 1,4? Ja, wahrscheinlich alle 1,4 Also etwa 3 4,5 Okay 2% war ich ja over Dann Brauche ich noch 2,5 Ich habe sonst die drei Geister hinten rausgenommen Da war jetzt was drin Heißt, das müsste eigentlich ausgehen Ah, bei dem kann ich nicht in euren Gestalt gehen Der ratzt mich sonst glaube ich weg Ähm, das wird jetzt nichts mit dir, Kollege Äh, er drückt Dispersion Warum steht die überhaupt draußen? Das war jetzt ein bisschen unnötig Dem Sieger die Anima Nehmt eure Macht an euch Schlundgänder Gehen wir hier mal als erstes rein Oh, lieben Uli Hab ich das noch, äh Durchgekriegt Bevor der Exploded ist? War aber close Haben wir gerade noch ein Ding reingekriegt Okay, der hat den Geist geführt Auch nicht schlecht Ich krieg den anderen mal da hinten weg Komm, ich ratter jetzt da mal in die Convogue rein Die können wir eigentlich dazu nehmen Das rentieren wir sie mal Ähm, ich hab den einen Mob nicht Holy moly Da hab ich leider keinen CC mehr Den kann ich kicken Shit, ich hab nix mehr Der wird durchgehen Ja, vielleicht hätte ich sie doch nicht reinziehen sollen Das war jetzt ein bisschen Ich hatte leider auch nix mehr Offensives Sieht so mit dem Heiler-Mana aus Naja, geht so Ich weiß nicht, ob ich die adde Also ich, ich spiele ihn lieber hier drin Sage ich euch ehrlich Als draußen im Gang Ich weiß nicht, den könnte man Ähm, könnte man theoretisch Mit dem Großen zusammenspielen Ähm, mein Stack geht immer weiter hoch, ne? Fuck it Raus Hütet euch Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können Das habe ich noch nicht anlegen Okay, jetzt despawnen die Patches Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können Das habe ich noch nicht anlegen Der Heiler sollte mal recken Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können Das habe ich noch nicht anlegen Ich muss das inlegen, um es benutzen zu können Ich glaube, da konnte er nicht, konnte er nicht sitzen, ne? Ich hab zu schnell gepullt Ich hab's noch geschrieben, aber Naja Also ich bin halt immer noch überlegen Ob man den nicht mal skippt, ne? Weil theoretisch brauchst du den nicht Aber Bei dem Endboss hast du so viel Movement Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, den zu skippen Sage ich euch ganz ehrlich Ich weiß nicht, ob ich das Flächenschaden-Ding oder das Kick teilnehmen soll Ich bin immer noch hin und her gerissen Das mit dem Kicken ist eigentlich nicht so gut Tatsächlich Juridisch könntest du hier den Großen auch noch mit reinpullen Hier hast du halt diese kleinen Geister Bei Trash-Wochen will ich halt nicht zu viel zusammenpullen Nicht, dass das in die Hose geht Eigentlich könnte ich mit Inka halt Riesenpuls machen Hat den Heiler so einen Mob gemillit? Naja Aber da muss er halt dann auch weggehen Ich weiß nicht, ob ich ihn gleich retzen muss Schon mal Wut poolen Ja super, jetzt habe ich ihn gerätzt und Sehen wir mal hier hinter Weg ein bisschen von den Puddles Ich habe jetzt halt leider nichts ready Eigentlich könntest du da easy die zwei Großen reinziehen Weil die können halt hier absolut gar nix Weil er hat keinen Mana mehr, ne? Naja, 20% hat er Also das geht eigentlich easy, dass du die zwei Großen da reinziehst Und die ganzen kleinen Halter, kann den keiner mehr kicken Obwohl, der ist halt durchgegangen Das kann ich jetzt keinem erzählen Hat da keiner mehr einen Kick ready gehabt? Alter, warum stirbt denn der nicht? Was zur Hölle? Jetzt habe ich ihn weggemon feuert Ignoriert den halt jeder Ich habe halt weiter gepullt, ne? Dass wir weiterkommen Und dann alle gehen runter und ignorieren den Okay, hätte ich Das gewusst Der hat ja ein paar Prozent nur gehabt Der hat ja nicht so viel Leben Ja gut, einen Tod haben wir bis jetzt Der Heiler sollte auf jeden Fall recken Bevor wir zum Boss kommen Sonst wird das nix Okay, der sitzt Ich habe 17k DPS Am Anfang gefahren Mit der Ding Mit der Eulengestalt Die Bosse am besten immer mit Dings hier Selbst wenn der Boss einen hittet Das geht mit Old Veve Während der Convoke Haltet man sich auch so krass gegen Und die Eule hält tatsächlich Relativ viel aus, ne? Da kannst du tatsächlich Den Boss auch die 2-3 Sekunden Facetank Das geht vollkommen klar Eigentlich soll ich die Mobs Nicht immer in der Mitte ablegen Aber es ist eh kein Boss-Buff Ja gut Das ist halt das Problem Wenn du die in der Mitte ablegst Aber die Ads springen halt eh rum Vielleicht versuche ich sie jetzt mal Seitlich abzulegen Ah okay, da war ich zu weit seitlich Gucken wir vielleicht mittig Ein bisschen mehr Platz Wenn die jetzt gleich die spawnen Wo ist das Loch? Da ist das Loch Das ist jetzt schlecht Okay, das versuche ich jetzt wieder Da hinten abzulegen Das Problem ist Die springen halt auch mal weg, ne? Also du kannst das nicht so wirklich 100% kontrollen Ja, der springt weg Und stirbt da hinten Also das war jetzt komplett Für einen Sack Was ich da gemacht hab Ich glaub das kannst du Das Tank eh nicht wirklich Kontrollen Wo die Ads Hinkommen Da müssen wenn dann Schon alle zusammenstehen Aber gut Das ist jetzt auch nicht So der Stress hier Die Bosse sind relativ einfach Wenn du Trashbar fasst Weil ich find Trash-Wochen Nerviger tatsächlich Alle was ich angeklickt hab Wurden weggeklickt Trash-Wochen find ich nerviger Schlichtweg Weil es halt länger dauert Du hast mehr Trash als Bosse In so einem Raid, ne? Oder in Dungeon Sterbliches Leben Warte, es hat einer Ein Disconnect Oh no Unser Master Hat ein Disconnect Ach man Warum hab ich denn Immer Pech Mit sowas Komm ich konvoke Hier nochmal rein Gute ist er Ich als Tank Werd halt nie Von den Geistern anvisiert Sonst Sonst wär der ja fix Total ätzend, ne? Aber für Milis Ist es halt nervig Können dann halt Nicht mehr rangehen Ja gut, die sterben schon Easy Jetzt müssen wir glaube ich Alle Geister mitnehmen Sonst dürfte es nicht reichen Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Ich muss das andere Wir müssen genützen zu können Das habe ich mir nicht angegeben Ich muss das andere Wir müssen genützen zu können Das habe ich mir nicht angegeben Ich weiß nicht, ich könnte den Großen Komm, ich pull ihn rein Ich hab's nur nochmal weggekickt Fuck, ich hab mich verklickt Ich wollte sie desorientieren Dieser dumme Blink, ne? Ich wollte die Geister desorientieren Weil hier manche Leute stehen bleiben Wie der Der Heiler hätte ein bisschen rauslaufen müssen Naja, gut Können wir gleich nochmal retten Ja, hm Lustig, dass ich Nein, jetzt ist der Retz nicht durchgegangen Das ist halt maximal behindert Weil wir sterben an der Wunde, ne? Ach, ich hätte den ja konvoken können Soll ich? Okay, komm Ja, seht ihr Das geht also easiest Dass ich, wenn ich da Groß-Convoke-Action drauf mache Dann mache ich halt sogar relativ viel Schaden Ich würde halt mehr Damage machen Wenn ich auf Range stehe, ne? Ich hab nämlich, ähm, was heißt rausgefunden Ach fuck, wir haben beide gekickt Das ist jetzt schlecht Ich hoffe, wir haben jetzt dann noch einen Kick Naja, aber der dürfte im Cast sterben, oder? Komm, stirb Okay, wir haben noch einen Kick Ich hab immer keine Ahnung Was man hier wählen soll Rechts oder links Was easier ist Nein, was macht der denn? Ich bin Ich pick nur eine Orb Der wird halt jetzt rippen Boy, vor allem der Heiler war halt gerade noch am Recken Ich hab nur die Orb reingeschmissen Oh boy Der Typ Der Shadow hat halt instant geklickt Keine Ahnung was Das war jetzt halt dumm Ja gut, das hier ist natürlich jetzt ätzend Für Ich schreibe jetzt extra mal Dass der Heiler recken soll Holy moly Also hier ist die Idee Nie Als erstes durch das Ding gehen Gut Jetzt hier bei den großen Dingern Prüfst du nicht Aber bei den meisten Stehst du halt in allen Mobs drin Und da insta rein zu gehen Ist halt nicht so clever Meiner Meinung nach Den müssen wir halt schnell down kriegen Der Sturm, der haut halt Schaden rein Mal gucken, ob der Heiler das Gegengehalt kriegt Also mich muss er nicht heilen Ich hab Inka extra an Okay, also einen haben sie Gegengehalt Halt gekriegt Aber wir machen hier gerade echt low damage drauf Ich muss das noch mal einen Wer ist auf jeden Fall am pumpen Vor allem mit dem Dot Oh fuck, wir kriegen halt noch einen Mit dem Dot Jetzt wird der Worry rippen Holy Macaroli Ich geh jetzt wieder Wieder nach links Keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es da eine Eine beste Route gibt Wenn sich die Leute ein bisschen verteilen Können die hier eigentlich nichts Ich gucke immer, dass ich schön einen kick Bitte geh da weg Bitte geh da weg Das Beste, was du tun kannst Ist, dass sich alle ein bisschen außenrum stellen Dann geht es nämlich immer in eine andere Richtung Dann hast du gar keinen Stress Hütet euch Ehrlich gesagt Weiß ich gar nicht, was diese lila Swirlies machen Ich bin außer Reichweite Ich weiß nicht, ob die dich auch knocken Hütet euch Krieg dem Hunter den Mob mal weg Dann mal einen Dispel noch Hütet euch Au, die machen den Mob noch Bin schon am fliegen Aber gut, ich als der Tank überlebe ein bisschen Kein Stress Wo bleiben die denn? Ich muss jetzt alles poppen, ne? Nein, ich kann jetzt nicht schon wieder retzen Ich brauche blöderweise meine Wut Ach Das ist auch eins der ätzendsten Packs hier drin Tatsächlich Hütet euch Hätte ich vielleicht auch besser gucken sollen Dass ich Inka ready habe Sag ich euch ganz ehrlich Ach komm Bleibt doch nicht dran stehen Ich habe sogar ewig schon Die spawnen Und hauen erst nach ein paar Sekunden raus Ich habe es ewig gesehen Und habe extra gewartet Bis er sich materialisiert hat Dass ich einen knocken kann Und er bleibt einfach stehen Und zieht auf den Mob durch Das kannst du doch nicht erzählen Weißt du Ich müsste eigentlich gar nicht drauf gucken Weil ich eh nicht Davon effektet wird Also wirklich 0,0 nada niente Ich muss das anlegen Der Worry schreibt Das leckt wie nochmal was Ach Ach Holy moly Hier muss ich ein bisschen gucken Ich lasse den mal racken Ich erhebe Anspruch auf eure Seele Lasst euren Ängsten Lass eure Seele los Hütet euch Hütet euch Das wird jetzt halt eng Weil wir haben noch einen kompletten Floor 13 Minuten Ich glaube nicht Dass das reichen wird Lasst eure Seele los Hütet euch Ich hätte da vielleicht ein bisschen Ähm Decursen sollen Ne Meint der eine Ich habe es jetzt noch nie gemacht Da Aber gut Wäre vielleicht nicht so schlecht Ich weiß nicht Ob das dann Viel rausnimmt Hütet euch Hütet euch Hütet euch Lass' das hier mit dem Portal Da fliegst du immer ewig, ne Aber ich will nicht risken dass ich sterbe und da so blöd runterspringe. Ich kann den großen hier reinpolen, aber es ist halt ein bisschen gefährlich. 10 Minuten, was wir jetzt noch haben. Das killt dann wahrscheinlich den Melee, wenn ich das mache. Ich glaube, ich pull den jetzt dazu. Hat er seinen scheiß Schaut nur durchgekriegt? Ich kann das theoretisch auch shapeshiften. Das habe ich noch nicht angelegt. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ich versuch's jetzt einfach. Naja, ich hätte das abwarten sollen. Jetzt ging die ganze Convoke in den Kettenshit rein. Ah, das war dumm. Ich hätte die Ketten abwarten sollen und dann auf geht's. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. 8 Minuten, I don't know. Jetzt noch 3 Packs. Plus 2 Bosse. Gut, ich sag mal so, in den Boss kannst du in 2 Minuten umhauen, ne? Das ist möglich, würde ich mal behaupten. Ja gut, der haut schon ordentlich rein mit seinem Schrei. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas machen kann, um da... Ach komm, der Heiler. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Bleib da einfach in dem Cleef stehen. Also... Es tut mir leid, aber der Typ ist ein Kacknoob. Vorher ist er schon x-mal an Shit gestorben, wo man sagt, okay, das ist jetzt, ne? Aber das war jetzt... Also, komm, wenn du in diesem riesen Ding stehen bleibst, dann kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Wir haben jetzt halt keinen Battle-Reds mehr. Ich hab so oft den jetzt schon ge-Battle-Reds, aber im nächsten Shout wird halt jetzt die Gruppe wegklappen. Ja. Jetzt haben wir halt einen Shout und der Heiler ist halt nicht am Stizzl. Was habe ich noch nicht angelegt? Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Stecken wir halt. Ich muss das anlegen. Ich muss das anlegen. 6 Tode gehen halt auf seine, auf sein Konto. Ich hab jetzt halt gar nichts. Das ist halt die ätzendste Gruppe. Warum... Warum hat er denn jetzt ge-Eisfalt? Woll das jetzt mal? Ich hab gleich wieder ein paar Sachen am Start. Das convoken wir erstmal. Bitte geh weg diesmal Heiler. Holy moly. Er wird wieder stehen geblieben, wenn der Hunter glaube ich hier nicht seinen Shot gemacht hätte. Eure Knochen werden meine Rüstung zieren. Schreibt put all und kite. Warum soll ich die Mobs kiten? Ich muss das anlegen. Wir hätten den ins Pack reinpullen sollen, aber das habe ich einmal gemacht. Das kannst du knicken mit seinem Scheiss-Schild. Da nimmst du so viel Schaden raus, das ist eher eine schlechte Idee. Ich muss das anlegen. Ich muss das anlegen. Ich muss unbedingt das Makro rausnehmen. Also ist das Tor eigentlich offen? Ne, das ist nicht offen. Du musst ihn töten, ne? Also du kannst... Ich hätte ihn sonst zum Boss gezogen. Weil der kann eigentlich nicht viel, außer halt hier so Spirenzien. Heiler hat halt schon wieder keinen Makro. Also der Heiler ist halt nicht gut. Ah, warte mal. Das war hier gar nicht zu. Ich hin und dann... Keine Ahnung. Ich frage mich, was der Heiler macht. Ich warte extra, dass er sich's hinsetzen kann. Er tut's halt nicht. Er hat halt keinen Mana. Also geht er mit 28% Mana hier in den Fight. Ach, keine Ahnung. Es ist ja jetzt nicht so, ob der so ein Gottheiler ist, dass der keinen Mana braucht, sondern der verkackt sich die ganze Zeit und dann reckt er halt einfach nicht. Ich hasse euch ja, Heiler. Und dann wirst du als Tank angeschnauzt, wenn er nicht das... Womit du nicht? Womit du nicht? Womit du nicht? Richtig ätzend sowas. Warte mal, ich kann in der Intermission... Kann ich vielleicht nochmal... Ähm, kann ich vielleicht... Ohlweven... Mal gucken. Jetzt müssen wir mal irgendwie schauen, dass wir das Banner totkriegen. Hüterkrieg. Ihn bisschen in die Mitte rein. Kannst du mir nicht erzählen. Hat er sich jetzt von dem Kreis weghitten lassen? Warte mal, ich ziehe hier nochmal Inker. Ich kann es dann noch einmal... Wenn du möglichst in der Mitte bleibst, dann hast du gar keinen Stress. Dann kommst du eigentlich immer so hin, dass du rauskommst. Also wenn du ganz hinten stehst, dann ist es ein bisschen ätzend. Aber da besteht eigentlich keine Notwendigkeit. Wenn wir eigentlich... Gut, die... Das Ding hat... Der Boss hat weniger Life und er geht auf die Flagge? Okay, ne, er ist geswubbt. Zwei Minuten, irgendwas haben wir dann vielleicht beim Boss noch. Keine Ahnung, ob das reicht. Könnte. Könnte reichen. Wir haben halt elf Tode, ne? Ich bin der Einzige, der nicht gestorben ist bis jetzt. Muss nicht unbedingt sein dafür sein, dass es von den anderen Leuten die Schuld war, aber... Ne? Hm. Endlich ein würdiger Wettkämpfer. Seht meine Macht und verzweifelt. Mal schauen, was er raushaut. Ich sehe ihn mal einen Ticken raus, dass man hinten rumlaufen kann. Wir haben 1,55. Bitte lauft da raus. Oh boy, warum rennt er denn nicht andersrum? Oh boy, das ist direkt in uns drin. Das war ein ätzender Spawn tatsächlich. Ist das so ein Tier, das eine Mal? Ist der eine Mob, ist der da in der Wand gespawnt? Holy shit. Das hatte ich ja noch nie. Weil der Kollege da so ganz hinten reingelaufen ist. Aber ich hätte vielleicht... Verlass mich eure Seilen... War er jetzt nicht an? Meine Magie. Übersteigt euren Stall, die ihr getötet habt. Schreie nach Rache. Okay, ich hab Inka an. Das sollte jetzt eigentlich für mich halbwegs safe. Warte, ich kann noch den Pott schmeißen. Okay, wo chargen die hin? Das müsste für uns eigentlich alle... Das hab ich noch nie gesehen. Normalerweise ist das immer so ein Kreuz. Hier in der Ecke sind wir halt komplett safe. Interessant. Ich brauche jetzt lieber, falls mich einer wegspringen will. Fangen wir lieber auf Nummer sicher hier. Holy moly, so war wir gerade noch in time. Das war eine Klappe. Der Heiler schreibt, fail it so hart. Oh, ich hab einen Ring gekriegt. Mastery Crit. Der andere hat auch den gleichen Ring gekriegt, aber mit Sockel. Crit Tempo. Einfach drei Ringe. Ne, Mastery Crit brauche ich nicht. Hat ja noch gereicht, der Run. Aber es war echt close. Richtig close. Naja, für den Run soll es das gewesen sein. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ja.